ARD Text im Auftrag von Funk Jo Leute, was geht ab? Wir schauen auf den Server 321 drauf! Jo! Haha! Wenn immer noch irgendwie. Ich geh mal zu dir. Du? Ich bin durch den Gang gegangen. Ja, dann komm zu mir. Siehst du mich? Ja, nein, ich kann nicht gehen. Ja, wer sieht dich da unten? Gut. Komm hoch. Hoch? Jetzt geh hier. Ich bin grad unten, Alter. Wir müssen zum Portal wieder. Bist du da vor mir? Wo bist du denn? Weil, wo wir gecraftet haben. Wo wir als erstes hingegangen. Ja, hier hoch, hier hoch, hier hoch. Steve! Ich wüsste von wo wir gekommen sind, weißt du's noch? Ja, die Richtung. Fix. Oh, ich hab Baby, Alter, fast weggefallen. Cybersoft und Nexi, die haben gar nicht in die Dings geschrieben. Wie kommt die? Wo muss man hin? Ja, da geht auch so ein Dings ein bisschen. Wir sind eh direkt da. Der OV vor uns inzwischen. Nach drei, also über den Hügel ist ja der Spawn. Echt? Ja. Wisschen Essen hast du denn du jetzt eigentlich? 28 Mal's gleich, ja. Du willst mich verarschen? Gib mir mal 10 bitte davon. Okay. Ich hab nur 8. Warte. Tak. Ich hab 8 essen und er bunkert einfach. Tja. Gib mir muss es ja. Weiß drauf, ich bin ohne Blöcke. Ich hau mich nirgendswo hoch. Wo soll denn hier bitte der Spawn sein, mein Freund? Der sieht auf Gott aus eigentlich. Durch den Hügel da. Da oder? Ja. Komm ich jetzt hier runter? Da drüben. Die könnten da sein, oder? Naja, die sind auch im Meter. Ja. Das war schlimm mit Fall damage rein. Ja. Oh fuck, Alter. Juppa dupa dupa dupa. Die haben gesagt, kein Spawn trappen. Wir dürfen raus. Okay. Ja. Was heißt? Ja. Zum One trappen. Aber stimmt. Du reagierst mir aus dem Weg. Oh oh. Alex komm mit. Alex komm mit. Ja. Wollt ihr noch einen Gap geben oder 2? Ah ja stimmt. Hab ich schon vergessen. Hast du noch Öfen? Ja. Komm mit. Geben wir ein bisschen weiter weg. Sollen wir eigentlich unsere Melonen Farm einmal erweitern? Machen wir bitte Dings rein. Warte. Warte, Warte, Gatan. Na oder? Alex. Na. Kohle, oder? Ja. Waren wir noch Äpfel? Nein. Ich hab noch einen. Ein Crafting Table. Ja. Die ist tief. Waren wir echt keine Äpfel mehr? Wirklich ein bisschen tief. Ja. Keine Ahnung wo du sein. Wie viel Level hast du noch Alex? 6. Machen wir mal wieder einen Power 3 Bogen. Ja. Hast du Bögen? Ja ja. Baut 2. Baut 2. Baut 2. Baut 2. Baut 3. Baut 3. Eben noch ein Bauer Hansburger. Alles gut. Und das Schab 1 Buch halt ja. Wie viele Pfeiler hast du? Ich hab 33. Gibt es 26. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Machen wir mal eine Teamchild. Machst du mal wieder ein Schild? Also eins. Okay. Achso ich brauche ja 16. Hm. Was muss ich auf das Schulter aufgeschreiben? Gar nichts oder? Hashtag Mumu. Okay. Wo sind die denn jetzt? Weiß nur das sie kann. Oh nicht. Was steht Kiste? Ja da. Hashtag Mumu. Der Prim hat die Maximalzahl an gesaveten Chats bereits erreicht. Hast du? Sag jetzt nicht du hast die andere Kiste auch ein Schild mit Mumu ran. Nein da habe ich nur ein Schild mit gar nichts dran. Hey Steve aber das ist fix nicht gesaved jetzt. Geil. Das ist nicht gesaved was du da rein tust glaube ich. Geil. Ey dann nimm es halt mit. Warte ich könnte schauen was ich. Nein ich könnte das Buch craften. Ah was sag ich. Craften. Verzauern. Was schreib ich ihm für scheiße. Wo bleiben die jetzt da? Keine Ahnung. Sollen wir da einen Melonenfarm bauen dabei? Komm mal mit. Okay. Aber was ist gut nehme ich da schon raus. Sind noch Blöcke? Ich habe gar keine Blöcke dabei ey. Hätte ich schon welche. Hätte ich schon welche. Was hast du da drinnen lassen hätte sie. Ja okay. Da sind sie. Seine. Okay. Warte mal kurz auf mich. 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 Hey wo bist du? Indi hat er vor. Ich habe das ganze Gold mitgenommen. Achso. Ja hier close vor uns sind sie. Die sind in die andere Richtung gelaufen. Da drüben sind sie. Wo denn? Da. Oh. Direkt go. Die ziehen aber ganz schön gut mit dem Bogen oder? Wir haben sie noch nicht getroffen. Was wird denn das jetzt wegrennen auf 3.0 oder was Basis? Ach schon schon. Oh ja. Hit. Ein Hit. Oh ich verstehe es genau vor mir. Ja. Irgendwo muss ich denn. Hm. Hit. Oh. Precappen will ich jetzt aber. Lass die mal ballern. Lass die mal ballern Alex. Wir haben jetzt nicht so viele Pfeile. Stimmt. Ich habe nur noch 14. Die kommen. Lass mal ein Stück zurück. Lass mal ein Stück zurück. Okay. Hey ich kannst deine Pfeile einsammeln. Ja ich auch. Deswegen. Wow. Lass die mal kommen. Wir haben Zeit. Hammer ja. 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 Ich habe halt nur keine Blöcke dabei. Das ist das Problem bei der ganzen Geschichte. Ich kann aber gerne in der Woche gehen. Da Steve. Klingt nach dem Plan. Kannst du das halt noch. Craften. Ja. Lass die bauen. Wir haben Zeit. Ja die haben gleich keine Pfeile mehr gestalten. Naja die haben wahrscheinlich genug Pfeile. Schau mal mit. Komm wir laufen auch mal ein Stückchen. Wenn die laufen können können wir das auch. Sicher. Hm. Guck. Jetzt laufen wir uns ein bisschen. Ups. Gleich wollen sie zuwegekommen. Glaub ich. Ja die haben schon ein paar Hits. Wollen wir Pre-Gappen wenn die kommen? Ja ja. Könnte man machen. Hey Alter. Trifft mich auch ziemlich gut. Ja. dann geht der kommt die vielleicht ganz gut als konsumt wollen aber nachkampf glaube ich oder ja wir schon oder hier nicht nachkampf was weit die bauen ganz schön gut oder ja die haben ziemlich viele pfeile anscheinend wissen du ich glaube dem ist schon langsam verstanden dass wir seine ganzen pfeile haben wollten was wird das jetzt da ist vielleicht wurden es wegen der massenaufnahme um 17 uhr warte muss essen ich weiß nicht schwer zu sagen wir sollten aber auf jeden fall anfokussen naja wird auf nächste gehen sogar ich hab's aus die augen verloren auch was macht was leax ist auch drauf und martin sind es viel zu viele leute schon da war die sport essen es ist 12 minuten vor 17 uhr von der massenaufnahme wir haben ein problem jetzt ne gleich ja wo ist tief wo stand die hin also nicht gehen wir nicht so alleine vor soweit ja ich glaube dahinter ist ein offenes feld oder so nicht runter komm hoch komm hoch komm hoch ich bin klar nichts mehr zum bauen was sind das für witz jetzt hey steve hast du noch hast du noch einen stack holz für mich zum bauen oder nicht ne eigentlich nicht ne eigentlich nicht dann späu ich mal ein bisschen nein wirklich nichts mehr zum bauen da drüben ist auch freie fläche kisten sind da bin ein bisschen unter dir hä wo sind die hin steve steve ich kenne noch gaps craften warte mal randay ha du musst randay hasen randay alex alex ja ok aber wir könnten noch gaps craften ach alex hast du einen apfel ne hast du nicht an nein hab ich mir doch gemacht ach so warte boah bin schon ohe gefallen steve renne unten entlang ok seh dich like lass mal hier links lass mal links halten links halten ja oh jetzt ist auch noch nacht ey lass mal rechts rumlaufen wo wir vorhin hergekommen sind also da von hier drüben das ist unsere kiste wenn ich geh jetzt mal hier hoch ich hole mir noch den enderman hey das ist eine kiste wo es offen ist aber da ist nichts drin außer mit fleisch steve da ist einer steve hilf mich nein komm nicht weg alter warum kann ich nicht rennen but so Bye bye!